Hallihallo Pokémon-Fans! Schön, dass ihr euch hierher verirrt habt. Diesmal ein Video auf Deutsch. Und zwar werde ich heute für euch vier Pokémon-Booster aufmachen. Und zwar sind es zweimal Phantom-Kräfte und zweimal fliegende Fäuste. So wollen wir anfangen. Also, gut weg! So, Nummer eins. Wir haben ein Schlupfuck. Meine Kamera will gerade nicht so, wie ich will. Geht doch. Ein Habitack. Irbis. Redleufeo. Flauschling. Rollerskates in Holochic. Und ein Magnaien als Sternkater. Dann kommen noch die Ankammeln. Grafarek. Ein Karmpfander. Und ein Krakenlo. So, nichts Besonderes. Aber mal schauen, es gibt ja noch Hoffnung. Okay, was haben wir hier? Ein Habitack. E-Gonon. E-Gonon. Kramox. Blutzuck. Phineon. Ein Holocapuno. Hübsch. Oh, sehr nice. Direkt noch die letzte Phase. Ein Trikephalo und Holo. Superschön. Ja, es kann sich sehen lassen. Dann ein Wohingenau. Grobo-Ersatz. Und Rollerskates. Zwei Booster noch übrig. Ich lasse mal Lucario zum Schluss. Und ich falle sie mit an. So, wie es schön ist. Ein Nagelotz. Gut, Nagelotz. Ein Evoli. Ich mag Evoli sehr gerne. Zurokex. Minon. Scampisto. Ein Holoplussel. Was kommt danach? Oh, schick. Und ein Holo-Hafnir. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch ein Brava. Einen glänzenden Mantel. Und ein Balgoras. Cool. Ein Balgoras ist ein Balgoras-Booster. Oder auch nicht. Und eben die Vorentwicklung. Tut mir leid, da habe ich nicht verguckt. So, letztes Booster. Das ging relativ schnell. Mal schauen, ob ich noch Glück habe. So, Quapsel. Bummels. Ein FM. Traumato. Nagelotz. Eine Holo-Conny. Und da drunter haben wir... Schade, eine Sternkarte. Das ist ein Quaxo. Pech gehabt. Kein EX. Ein Gewürgsring. Ultrigaria. Und ein Jungblut. Ja. Ein etwas öder Verlauf, würde ich sagen. Das hier sind meine Schätze, würde ich mal so behaupten. Unser Holo-Uhafnir und Trikephalo. Und das war es eigentlich schon für heute. Ja, vielen Dank fürs Angucken. Und vielleicht habt ihr mal Lust, meine anderen Videos anzuschauen. Dafür sind ein paar in Englisch. Aber bei Unboxing-Videos müsst ihr ja sowieso mehr gucken als hören. Von daher, ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.